Abgrund am Ico-Point, am Arctis. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Hallo Freunde und willkommen zur neuen Folge Overwatch zusammen mit Kai. Moin. Wir sind heute wieder in der Arcade unterwegs und spielen heute endgültige Eliminierung. Das heißt, wenn man mit einem Helden spielt und dann gewinnen sollte, wird dieser Held für die nächste Runde gebannt. Da muss ich gut überlegen, welchen Helden man nehmen möchte. Gar nicht mal so einfach. Du fängst dir mit Zenyatta an. Ja sicher. Oh, da sind drei Leute oben. Shit, ich bin down. Kacke. Oh, die Eiswand. Was für ein Save. Ich glaub's ja nicht. Mehr Glück als alles andere hier. Oh, der Lugstie. Oh, der Wotog. Alter. Mate. Ich bin überfordert hier. Haben die eine Farah eigentlich? Oh, ich bekomme voll viel Schaden. Oh, Doc von hinten. Ich glaub's ja nicht. Ich bin tot. Toll. Das verlieren wir. Wir haben noch alle. Wir haben gar keinen geholt. Kein einzigen. Ich hab wieder den meisten Schaden gemacht. Wir haben ja nix geholt. Die haben ja noch alle. Ja. Was ne Kacke. Jetzt ist die hier am Campen. Ja, was soll sie machen? Don't waste time. Ja, ist vielleicht so, dass sie sich abschneiden lassen. Und der Farah. Ja, die ist schade. Wer weiß. Vielleicht reißt doch noch was. Ich glaub's nicht, aber... Man muss sich 20 Sekunden sechs Leute töten. Ja. Ja, gut. Kann ja nix machen. Eins gegen sechs ist halt auch echt hart. Gut. Immer ist jetzt der Wurzel weg. Stimmt. Es kann nur besser werden. Glaube ich. So. Jetzt wird wieder Reaper ausgepackt. Irgendwas muss ja hier funktionieren. Auf geht's. Ich hoffe, hier kommt gleich keiner entgegen. Warte, um sind alle. Reinhardt. Und... Oh, jetzt haben die diesen Jatter. Shit. Hier ist er. Den mach ich jetzt aber. Jawohl. Kill. Oh, war noch irgendwer, oder? Jo. McQueen. Hab ich. Hab ich. Jetzt läuft's doch. Jetzt läuft's. Wer ist hier oben? Kann man irgendwie heilen? Nee. Oh, hier kommt irgendjemand. Oh, ja sicher. Der hat auch einen Wallhack an, der Junge. Zwei gegen drei kann was werden. Nee. Nee. Eins gegen zwei. Gegen drei sogar. Leute. Leute. Gleiche wie eben. Was ist denn los hier? Und er wieder. Ich glaub, der macht gar nichts. Kann das sein. Wie vorhin. Wie vorhin, ja. Mal gucken wir's an. Ja. Der schafft's irgendwie nicht. Nicht mal ein Bandmaß kann er halten, weißt du? Der Mercy ist ganz schön OP. Nee. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie den Helden. Wir haben nichts gewonnen. Nicht. Wenn man nichts gewinnt, muss man den Bastion auspacken. Normalerweise. Gut, dass jetzt was wird. Matchpunkt. Klar wird das was. Matchpunkt. Ich camp mich jetzt einfach hier hin. So, da kommen schon die ersten gleich. Und dann gibt's Stress. Die haben auch Best-Shill. Oh, das ist ja scheiße. Yo, was geht denn? Ey, die sind alle hinter uns, ne? Ja, die sind um uns rumgelaufen. Ja. Immer diese Hacker. Oh, los, reparier dich. Er kann sich nicht reparieren. Er ist zu scheiße. Überhaupt einmal runter. Geheim Weg. So, einen haben wir. Da oben der Bastion. Ja, der heilt sich auch. Hier ist noch ein Genji. Oh, ich wurde eher betäubt oder was immer. Genji haben wir. Oh, shit. Das könnte was werden. Das könnte was werden. Die erste Runde vielleicht. Ja, drei gegen zwei. Bin gehyped. Da ist noch einer. Bin gehyped. Ich bin gehyped. Jawohl, der nächste weg. Ey, wird das ein Ace? Wird das ein Ace? Wo ist er? Ich höre ihn doch schon. Ich höre ihn doch schon. Genau. Ich verarsche ihn jetzt. Oh, kacke. Ja, Junge. Ja, Junge, was machst du? Das wird ein Ace. Das wird ein Ace. Sehr sicher. Vor allem hast du ihn sogar geholt. Ich weiß gar nicht. Das war gar kein Ace. Egal. Gewonnen. Immerhin. Ich nehme jetzt Widowmaker. Kann ich überhaupt nicht. Aber. Wer weiß. Hier ist ja alles möglich. Ein Zieler? Nein. So, los geht's. Los. Wie der sagt. Los. Ey, wer schiebt mich denn da weg? Leute. Oh, nee. Wer hat mich beschossen? Der ist in seinem Modus. Ich glaube, Widowmaker war eine ganz schlechte Wahl. Oh, wie ich ihn geholt habe. Oh, oh, yes. Zumindest. Ja, ich bin gleich weg. Oh. Oh, vielleicht habe ich ihn. Ja, am besten machen wir ihn jetzt mal. Ich glaube, irgendwer hängt hier hinten dran. Oh, MLG. Wer stirbt denn hier so oft? Ja, no chance, ey. Was seid ihr denn für Leute? Oh, shit, shit, shit. Mates. Meine Falle wurde ausgelöst. Ah, zwei noch. Du bist alleine. Ja, toll. Gegner eliminiert. Oh, ein hat. Oha. Was geht denn da ab? 35 Sekunden. Da unten ist er. Oh. Nate. Da kommt er. Ich struggle gerade echt ein bisschen hier. Ich weiß, dass ich nicht einzig einziehen kann. Scheiße. Ja, ich habe zwölf Leute geholt. Zweimal ein ganzes Team. Ey, das war schon... Das war ganz cool. Shit. Ja, was ist das denn hier für ein Highlight? Hallo, ich habe hier... Ach, egal. Ja, wir werden dieses selbst beloben und selbst beneisen. Echt jetzt? Echt jetzt? Holy shit. Oh. Ja, gib mir allen einen Daumen hoch. Ja, habe ich. Nice. Kills als Aufklärer. Zwölf Elaminierungen sind schon heftig. Ja, zweimal ein ganzes Team. Zweimal. Gut. Schöne Runde. Wir haben eine Lootbox. Die werde ich jetzt auch noch öffnen. Zum Ende des Videos. So. Öffnen. Oh, was Pinke ist. Jawohl. Mayskin. Schneeflaume. Mann, sieht der scheiße aus. Siegerpose. Ja. Den nehme ich dann erstmal. Direkt mal nicht benutzen. Alles klar, dann... Danke fürs Zuschauen. Doch, eine Sache noch. Ich hatte, glaube ich, schon einen Skin. Ja? Ja, doch, den hier. Der sieht ja fast genauso aus. Was für eine Verarsche. Der ist nur die Farbe anders. Ja. Ganz toll. So einen Scheiß bekommt man hier. Okay. Dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschö.